Ja, ich denke, wir haben verdient gewonnen. Ich bin mit der Einstellung, mit der Art und Weise und mit der Ausstrahlung sehr zufrieden, mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben die Aufgabe so angenommen, wie man das machen muss und das von uns selber erwartet haben. Die Spieler, die auf ungewohnten Positionen heute gespielt haben, haben das sehr, sehr gut gemacht und haben das auch so positiv angenommen, dass das möglich war. Insgesamt bin ich mit der Energie sehr zufrieden, mit der Qualität sehr zufrieden. Das war eine gute, dominante, souveräne Leistung. Wir haben dann auch mit sehr guten Zeitpunkten die Tore gemacht und das Spiel war dann eigentlich zur Halbzeit entschieden. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit einem großen Wermutstropfen mit der Verletzung von Serge Gnabey. Aber ansonsten war es auch für die Deputanten wie Daniel Paris und so weiter ein sehr guter Abend. Wir hoffen, dass es eine einmalige Sache ist. Ansonsten würde es bedeuten, dass wir wieder große Personalprobleme auf der Position haben. Deshalb hoffen wir, dass er damit recht hat. Aber wir werden es nicht ausschließen. Was das Wichtigste war, dass heute Nuss und er das auch ohne mit der Wimper zu zucken angenommen haben und die kleine Mannschaft wusste, dass sie da mithelfen muss. Dahinter stand mit Daniel Paris ein Torwart, der zum ersten Mal für uns gespielt hat. Also das war jetzt auch nicht alles selbstverständlich. Aber wie Leon und Nuss das dann gemacht haben und die Seriosität und die Aufmerksamkeit in der Zweikampfführung und so weiter war sehr gut. Kann man natürlich sagen, dass wir das von uns auch erwarten. Aber wenn wir es auch so auf den Platz bekommen, wie wir es von uns erwarten, bin ich sehr zufrieden. Klar, wir versuchen jetzt, Minjay und Upa fit zu bekommen bis Samstag. Wir können es nicht garantieren. Und wenn nicht, haben die beiden auf jeden Fall gezeigt, was ausnahmsweise auch mal auf dem Hund-Niveau geht. Ja, es gibt eine Diagnose, der hat sich runter angebrochen und er wird mehrere Wochen fehlen. Ich hoffe sowohl bei Thomas Müller als auch bei Minjay und bei Upa, dass es reicht bis Samstag. Aber es wird ein knappes Rennen. Dass wir da absolvieren haben und dass wir die fit bekommen. Aber es ist realistisch. Es ist machbar. Für Matta, denke ich, ist es frühestens Kopenhagen. Wahrscheinlich eher Freiburg.